Es gibt viele Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche. Erstens spürst du den sicheren Druck, die passende Lehrstelle zu finden. Zweitens, es gibt viele Prüfe und noch viel mehr Firmen, die Lehrstellen anbieten. Drittens, es gibt auf gewisse Lehrstellen sehr viele Bewerbungen. Und viertens, es sind oft Kleinigkeiten, die zwischen Zusage und Absage entscheiden. Es geht aber nicht nur dir so, dass du Schwierigkeiten hast, die passende Lehrstelle zu finden. Auch Unternehmen haben Mühe, den passenden Lernenden zu finden. Sieben von zehn Unternehmen sagen, dass sie Mühe haben, ihre Lehrstelle mit dem passenden Lernenden zu besetzen. Wir von justi.ch kommen jeden Tag Anfragen von Schülerinnen und Schülern über, die in der gleichen Situation sind wie du. Du bist also nicht allein. Das Wichtigste ist, dass du an dich glaubst. Du hast ein Talent und dein Talent passt sicher zu einem Beruf. Geh die Prüfe anschauen, die du nicht kennst. Geh schnuppern und frage in deinem Umfeld nach Tipps und Tricks. So findest auch du dein Traumberuf zu deinen Anforderungen gepasst. Und zum Schluss schau, dass deine Bewerbung nicht wie alle anderen aussieht. Ich habe ein Beispiel von einem Lernenden, der zuerst kein Lehrsteller gefunden hat und mega lange musste suchen und nachher eine Lehrstelle als Lebensmitteltechnolog gefunden hat. Nach drei Jahren Lehre hat er uns geschrieben, dass das das Beste ist, was in mir passiert ist. Möchtest du weiterhin solche Videos haben? Gib uns dein Feedback. Schreib hier unten oder Kommentare. Jetzt leide ich unsere DM. Wir freuen uns.